Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch wie der Erfolg viele Kisten, viele Steine funktioniert. Wenn ihr diesen davon gemacht habt, bekommt ihr noch zusätzlich ein Spielzeug, das heißt kleine Kiste mit kleinen Steinen. Dieser Erfolg ist grundsätzlich auch wieder super einfach, was ich ja immer sage, aber sehr zeitaufwendig und eventuell auch kostet es viel Gold. Für diesen Erfolg müsst ihr 50 Kästen mit Steinen öffnen. Diese Kästen mit Steinen findet ihr an der Küste des Erwachens. Ich werde euch in der Beschreibung noch Koordinaten posten, dann könnt ihr die mal abfliegen. Oder ihr findet sie im Gewölbe von Saskera. Ihr könnt die Kisten natürlich auch im Aktionshaus kaufen, nur je nachdem können sie sehr teuer sein. Gut, wenn ihr 50 Kisten davon habt, maybe habt ihr sie ja von vor dem Patch noch gefarmt. Ich hatte mal super viele, ich weiß aber nicht, ob ich die alle zerstört habe oder wie ich sie alle geöffnet habe. Ich hatte sie auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob sie einfach auch vom Spiel entfernt wurde. Schaut mal auf eurer Bank nach oder in meinem Inventar, vielleicht habt ihr noch ein paar von diesen Kisten. Gut, wenn ihr die für so 50 Kisten habt, dann könnt ihr sie anklicken, müsst aber immer 15 Minuten warten. Das heißt, es dauert relativ lange, weil ihr nur alle 15 Minuten diese Kiste anklicken könnt. So, wenn ihr alle 50 angeklickt habt, dann ploppt automatisch der Erfolg auf. Yay! Und ihr bekommt noch ein Spielzeug. Jetzt seht ihr hier bei mir auch noch, dass es 15 Minuten dauert, beziehungsweise 15 Minuten Cooldown hat. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns noch kurz das Spielzeug an. Gehen wir kurz von diesen Steinen hier weg. Klicken das mal an. Und dann kommen da auch solche Steine raus. Diese Steine kann man auch treten. Super gemein, aber es funktioniert. Ja, wie gesagt, der Erfolg ist grundsätzlich einfach, aber halt sehr zeitaufwendig und eventuell auch sehr teuer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Erfolg. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.